Es ist soweit, meine lieben Nakama, die Spoiler von One Piece Kapitel 1115 sind raus. Es wird ein episches, vielleicht sogar monumentales Kapitel werden. Wenn du allerdings nicht gespoilert werden möchtest, schalte am besten jetzt ab. Und wenn du gespoilert werden möchtest und das mit gepflegter Regelmäßigkeit, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal für mehr regelmäßige Spoiler und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne kommen wir zu den Spoilern von One Piece Kapitel 1115. Zu Beginn der Spoiler bekommen wir mitgeteilt, dass es in diesem Kapitel sehr viel darüber zu diskutieren gibt über die Überlieferungen von One Piece, gerade in Bezug auf das leere Jahrhundert, denn wir bekommen einige Informationen zum leeren Jahrhundert, was damals passiert ist, wann das leere Jahrhundert geendet ist und mit welchem Ereignis. Und da Vegapunk, wie er im letzten Kapitel ja schon sagte, nicht spekuliert oder mutmaßt, kennt er natürlich nicht die ganze Geschichte, weshalb er sich natürlich auch keine Meinung darüber bildet. Die komplette Geschichte werden wir höchstwahrscheinlich eher von Nico Robin erfahren. Ob wir hier Teile des antiken Königreichs bzw. des leeren Jahrhunderts sehen, steht jetzt auch nicht in den Spoilern, aber wir werden uns definitiv auch auf Eckert Island befinden. Und so wie die Spoiler klingen, werden wir auch an einem anderen Ort sein. Denn zu Beginn des Kapitels sehen wir erst einmal von mehreren anderen Personen Reaktionen auf die Übertragung von Dr. Vegapunk, denn die sind ja teilweise wirklich geschockt, denn sie erfahren gerade die Wahrheit über diese Welt. Und das ist eben nicht nur, dass die Welt im Ozean versinkt, sondern Informationen über Joyboy und das leere Jahrhundert. Und damit machen wir jetzt auch mit der Übertragung von Vegapunk weiter. Er verkündet erst einmal, dass die Pornoglyphe Aufzeichnungen der Geschichte sind, vor allem in Bezug auf das leere Jahrhundert. Diese Nachricht überrascht uns Leser jetzt natürlich nicht. Wir wussten das schon eine ganze Weile. Aber für die Menschen in der One-Piece-Welt ist das eine neue Information. Denn die offizielle Version der Weltregierung, warum man die Pornoglyphe nicht lesen darf, hat ja mit den antiken Waffen zu tun. Und die antiken Waffen werden als Massenvernichtungswaffen eingestuft und auf den Pornoglyphen soll stehen, wo diese zu finden sind. Und keiner sollte diese finden. Deswegen ist es ein großes Verbrechen, die Pornoglyphe zu lesen. Dass da die wahre Geschichte drauf steht, damit geht die Weltregierung natürlich nicht hausieren. Des Weiteren erfahren wir, dass während dem leeren Jahrhundert eine massive, eine epische Schlacht getobt hat. Und diese Schlacht hat einiges verursacht. Und in dieser Schlacht ging es um Ideale. Es ging um Gedankengut. Und Vegapunk kann nicht mit Sicherheit sagen, wer ihm recht war und wer ihm unrecht war. Das finde ich super interessant an dieser Stelle, weil wir ja die ganze Zeit davon ausgegangen sind, dass das antike Königreich und Joyboy die Guten waren. Und ich ja immer wieder mal angemerkt habe, dass es vielleicht damals vor 800 Jahren anders gewesen sein kann. Beziehungsweise, dass nicht alle Familien der 20 Königsfamilien, ich kam damals wegen der Nefertari-Familie darauf, wirklich die Bösen waren, sondern sich dann erst im Verlauf der nächsten 800 Jahren in etwas Böses verwandelt haben, nämlich die heutige Weltregierung. Aber ich finde das Ganze interessant, dass das hier offengelassen wird und nicht klar gesagt wird, das antike Königreich waren die Guten und die 20 Königsfamilien waren die Bösen, sondern Vegapunk ist sich nicht sicher, wer hier im Recht ist und wer hier im Unrecht ist. Jetzt wechseln wir nach Egghead Island. Es kann sein, dass bis zu diesem Zeitpunkt nur Reaktionen gezeigt wurden rund um die Welt. Der Leaker sagt jetzt hier nichts davon, von einer speziellen Person. Deswegen können wir auch da nur spekulieren, wer auf die Nachricht von Vegapunk reagiert. Wir gehen jetzt zurück nach Egghead Island und sehen, dass Markus Maas erst einmal sein Haki einsetzt. Ich gehe mal stark davon aus, sein Königshaki. Und damit knockt er ziemlich viele Teleschnecken aus. Ja, aber überraschenderweise wieder mal keine der Teleschnecken, die tatsächlich die Übertragung ausführen, sondern wieder nur die, die die Übertragung gespiegelt haben. Und auch Ethan Barone, Venus, Juru scheint jetzt hier wieder einen Zug zu machen. Ihr erinnert euch zurück, das letzte Mal haben wir ihn gesehen, als er von Julie Bonny zertrampelt wurde. Und hier wird das alles jetzt ein bisschen unklar, denn die Spoiler sagen, mit einem Streich zerstört er die Hälfte der Punk Records. Das kann ich mir aber ganz ehrlich nicht wirklich vorstellen, denn die Gorosei wollen ja, dass die Punk Records, das Kraftwerk und Yor unbeschadet bleiben. Vielleicht verwechselt der Leaker hier das Ganze mit der Laborphase, wenn die zur Hälfte zerschnitten wird. Denn das, was darauf folgt, ist nämlich, dass die Seraphine wieder befreit werden. Die sind jetzt also wieder aktiv und könnten natürlich durch die Gorosei den Befehl erteilen bekommen, die ganzen Teleschnecken zu zerstören. Ja, da hätten die vielleicht auch mal früher drauf kommen können. Dann wären sie jetzt mit ein bisschen mehr Teleschnecken, die sie zerstört hätten, im Vorteil. Vielleicht hätten sie bis dato sogar schon die richtige Teleschnecke erwischt. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ist Ethan Barrow und Venus Juru noch unten und hat jetzt nach oben mit so einem Schwertstreich geschossen. Also so wie das zum Beispiel auch Zorro oder Mihawk schon getan haben. Erinnert euch zurück an Zorro, der damals dieses eine Horn auf Onigashima abgeschnitten hat. Und bei Mihawk haben wir das ja auch schon häufiger gesehen. Und irgendwie macht das für mich persönlich mehr Sinn, wenn er unten steht und dann die Hälfte der Laborphase zerstört, als tatsächlich die Punk Records. Aber da warten wir einfach mal ab, bis die ersten Bilder geleakt sind, beziehungsweise das Kapitel offiziell erschienen ist. Dann geht es weiter mit der Übertragung von Vegapunk. Und er stellt erst einmal fest, das leere Jahrhundert ist damit geendet, dass Joy Boy den Kampf verloren hat. Mit der Niederlage von Joy Boy ist auch das leere Jahrhundert zu Ende gegangen. Also könnten wir davon ausgehen, dass der letzte Gegner der 20 Königsfamilien tatsächlich Joy Boy, der damalige Sonnengott Nika, gewesen ist. Und dass er gegen eben Imu und die Gorosei, vielleicht gab es die ja damals schon, verloren hat. Also bei Imu können wir uns eigentlich ziemlich sicher sein. Und dann geht es natürlich weiter. Denn vor 1000 Jahren, also noch vor dem leeren Jahrhundert, sah die Welt von One Piece ganz anders aus. Wir hatten nicht diese vielen kleinen Inseln, sondern es gab tatsächlich mehrere Kontinente auf der Welt von One Piece. Die Welt hat sich während dem leeren Jahrhundert massiv durch diese große Schlacht, darauf wird hier eingegangen, verändert. Und zwar lag das nämlich daran, dass während dem leeren Jahrhundert der Meeresspiegel nicht um einen Meter, nicht um fünf Meter, wie Doflamingo im letzten Kapitel noch gesagt hat, gestiegen ist, sondern, haltet euch fest, um 200 Meter. Und er sagt, die Insel, die wir heute alle kennen, die sind nur noch Fragmente, Überbleibsel der einzigen Kontinente, die es damals in der Welt von One Piece gab. Jetzt stelle ich mir aber an der Stelle eine Frage. Warum weiß da keiner mehr was davon? Es müsste doch Aufzeichnungen noch vor dem leeren Jahrhundert gegeben haben. Denn deswegen nennen wir es ja das leere Jahrhundert, weil nur die Aufzeichnungen aus dieser Epoche verschwunden bzw. gelöscht und zerstört worden sind. Das heißt, wenn es irgendwann mal auf der Welt tatsächlich solche riesigen Kontinente gegeben haben müsste, dann müsste doch jemand irgendwie davon Bescheid wissen. Es müsste noch Aufzeichnungen davon geben. Das finde ich nicht so ganz durchdacht, aber vielleicht irre ich mich da und alle Aufzeichnungen auch vor dem leeren Jahrhundert wurden mehr oder weniger gelöscht. Aber dazu haben wir ja eigentlich gar keine Informationen bekommen. Es geht weiter mit Dr. Vegapunks Aussagen, denn es geht nämlich auch darum, dass diese Überbleibsel der Kontinente zwar noch heute als Inseln existieren, aber dass die antiken Waffen ebenfalls noch im Spiel sind und diese antiken Waffen warten darauf, wieder aktiviert zu werden, denn der große Krieg aus dem leeren Jahrhundert ist noch nicht zu Ende. Was im Grunde bedeutet, der große Krieg, auf den wir warten in One Piece, der ja quasi der allerletzte Ark in One Piece sein wird, ist quasi nur die Fortsetzung des großen Krieges aus dem leeren Jahrhundert. Und durch die Blume gesagt, kann man auch meinen, dass die drei antiken Waffen wieder daran beteiligt sein werden. Und für mich ist jetzt einiges klar geworden und zwar, auch wenn das hier nur eine Spekulation ist, sind die antiken Waffen dafür verantwortlich, dass dieser Meeresspiegel gestiegen ist und dass auch die Superwaffe aus Kapitel 1060 tatsächlich die Uranus ist. Und meine kleine Vermutung dahingehend, dass auch die Bluton eine ähnliche Zerstörungskraft hat wie die Superwaffe aus Kapitel 60, also die Uranus, könnte auch hier stimmen. Aber ich frage mich immer noch, wie hier die dritte antike Waffe, nämlich Poseidon, in unserem Fall natürlich Shirahoshi, reinpasst, denn sie hat ja nur die Macht über die Seekönige. Und das klingt jetzt erst einmal nicht für mich so wie nach einer starken Zerstörungskraft wie die Superwaffe aus Kapitel 1060. Außerdem war ja Poseidon, die damalige Meerjungfrauenprinzessin, auf der Seite von Joy Boy. Aber ich bin mal gespannt, wie das Ganze verläuft, denn auch die Pläne der Bluton wurden ja nur erschaffen, falls die Bluton wieder auftaucht, dass man eine zweite Bluton bauen kann, um die erste Bluton zu zerstören, falls ihr das schon vergessen habt. Das ist auch super interessant. Und eigentlich muss man da darauf hinarbeiten, die antiken Waffen, zumindest die Uranus und die Poseidon, zu zerstören, damit ihr eben die Welt nicht weiter zerstören kann. Also ich denke, das ist auch ein Sinnbild darauf, auf Atomwaffen, die ja ebenfalls unsere ganze Welt zerstören könnte. Oppenheimers berühmter Satz, ich bin der Zerstörer der Welten geworden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Erfinder aus dem antiken Königreich, die die antiken Waffen gebaut haben, ähnlich darüber dachten. Wir haben damit etwas erschaffen, was wir hätten nicht erschaffen sollen. Zu guter Letzt bekommen wir am Ende dieses Kapitels auch noch einmal Imu zu sehen. Es stellt sich natürlich wie immer die Frage, wieder nur als Silhouette. Vielleicht sehen wir auch wieder nur das rote Auge. Aber wir hoffen natürlich immer das Beste und hoffen, dass wir ein bisschen mehr von Imu sehen, als wir bisher gesehen haben. Ich bin super geflasht, so ein bisschen von den Informationen aus diesem Kapitel. Ihr könnt mir jetzt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Es wird höchstwahrscheinlich nächste Woche keine Pause geben. Es wäre auch sehr ungewöhnlich, denn wahrscheinlich bekommen wir jetzt erst mal drei Kapitel in Folge. Und noch eine gute Nachricht. Es klingt in den Spoilern jetzt nicht so, als wäre Dr. Vegapunk schon fertig, uns über das leere Jahrhundert aufzuklären. Und solange die Gorosei nicht die richtige Teleschnecke finden, um die Übertragung zu stoppen, wird diese Übertragung auch weitergehen. Erinnert ihr euch noch? Manche haben sich darüber beschwert, dass die Wahrheit über diese Welt nur ist, dass die Welt im Ozean versinkt. Mittlerweile bekommen wir richtig krasse Informationen über Joy Boy, über das leere Jahrhundert. Es ist einfach nur krass, was gerade in One Piece uns alles enthüllt wird. Und es wird im nächsten Kapitel weitergehen. Lasst mich mal gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich bin schon sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unbedingt meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Macht euch noch eine tolle und angenehme Zeit. Ich sage ciao und ade.